Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Elder Scrolls Online, also Rollerplay. Ich habe jetzt die noch wenige Rappen unter gemacht, jetzt hört man mich wirklich ein bisschen viel mehr in den Kämpfen und so. Aber das ist so schlecht eingestellt, oder? So viel Unverschiedener muss man einfach ausprobieren. Ich hoffe, es ist jetzt viel besser. Aber nervt natürlich schon ein bisschen, wenn man da noch die ganze Seite umschalten muss, wenn man nicht weiß, was viel laut ist. Okay, er ruht durch und erzählt mir, was ich sage, und das richtig schön ist. Wir waren im Rorka und warteten darauf, dass die uns erzählen, wie wir einen Haufen Gold machen, als sie uns befahlen, in den Keller zu gehen. Einer von uns hat sich geweigert. Sie haben ihn aufgeschlitzt. Da war so viel Blut. Ja, als wir die Raykexen sahen, versuchten ein paar von uns, sich zu wehren. Ich stahl mich davon, wie es jemandem auf... Okay, wir sind böse, ja, das wissen wir langsam. Okay, ich dachte, den muss man jetzt angreifen, weil er verflucht ist und uns angreift, oder so. Es sah so aus. Okay, das kennt man ja aus Geheim noch, oder? Seht euch das an, mein Freund. Ich hielt das alles nur schwarz weiter, die Welt unter Himmelsrand. Jedes Nordkind bekommt diese Geschichten zu hören. Wie sich unter dem... Was könnte es sonst sein? Was immer es ist, es ist das perfekte Versteck für die... Der arme Mann ist vor lauter Angst ganz neben sich. Ich begleite... So, wir machen wieder ein bisschen mehr vorwärts, damit wir da auch durch sind und ja. Was doch nicht so guter Content ist, wie ich dachte. Wieso greife ich den Hund nicht an, wenn ich doch auf ihn ziehe? Nein. Ja, ich denke, wir müssen immer mitnehmen. Aber die auch irgendwie auf eine schnelle Taste zu machen. Ja, wo müssen wir jetzt hier durch? Kommandant denn da rüber? Hier entlang? Ah, der Bär ist nicht aktiv. Also, der ist jetzt gerade nicht bei mir. Wenn man jetzt eher drückt, kommt er. Wieso sind die Bären nicht am Charakter gebunden, sondern stecken irgendwo fest, wo sie zuletzt gekämpft haben? Verstehe ich jetzt nicht so. Ist es wirklich auch der Weg, den wir gehen müssen? Sieht nicht so aus. Aber die Gegner sind plötzlich hier wieder sehr, sehr einfach. Hm. Okay. Ich weiss echt nicht, wo wir hin müssen. Ja, so. Ja, genau. Ich werde so auf die Seite getrieben, dass ich runterfalle. Also, wie bei Regnum, wo man auch immer überall runterfällt, obwohl man nicht an die Ecke, an die Schräge geht. Schlammgrubbe, ja, Dekorwasser, brauche ich das? Das könnte ein bisschen schwer werden. Oh Gott. Der Schaden. Sicher, ich kann nicht schwimmen. Ich muss doch nicht schwimmen dort. Nein, er muss doch sterben langsam. Ich kann nichts machen. Ich werde ihm schwimmen, dann kann ich nichts sagen. Nein, ich muss ja schwimmen. Hallo. Oh, diese Stunts, ey. Ja, das ist für mich echt, man. Ich bin ein bisschen frustrierend, wenn wir so schwach sind. Weil der so stark ist, natürlich, äh, plötzlich ein Gegner mega stark ist. Ja, er stunt uns immer. Ach Gott. Kann ich nicht mal an die 5 drücken? Ist das so schwer, oder? Der Stress ist... Oh, ich wollte nicht E drücken. Nein, wirklich, man muss E drücken für das und er für das andere und ich habe E gedrückt. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Wieso bin ich jetzt so enttäuscht von, von Ding? Von Eddiskurs von, nein. Muss doch nicht sein. Jetzt habe ich irgendwas ausgegeben, ey, wo ich es nicht wollte. Ist es ein Troll so schwer und ein Riesen so leicht? Ja, ein Riesen, nicht so leicht, aber... Es ist kein Balancing in diesem Spiel. Es ist überhaupt kein Balancing. Manche Gebiete sind sauschwer, die haben ihn sau leicht. Ich bin so enttäuscht von Eddiskurs, so enttäuscht. Weil ich einfach gerne auch ein bisschen seichten, also weniger, ja, Content haben möchte, wo mich nervt, oder? Aber es ist zu viel Content, der nervt. Das ist das Blöde. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier durch zum Ersten von diesen Dine. Und ja, eventuell muss ich halt wirklich etwas anderes währenddessen machen, weil das zu schwer ist für mich. Dass wir einfach einen anderen Content halt momentan machen, um zu leveln. Vielleicht die Magie geht oder so mal machen. Damit wir auch Items bekommen. Ja. Wäre eigentlich das Beste. Aber es ist für mich einfach ein bisschen zu frustrierend momentan. Für die Leute, die wahrscheinlich das gewöhnt sind oder so, ist das Beste. Aber für einen Neuling, der einfach, ja, Skyrim schon extrem gespielt hat und andere MMORPGs oder Rollenspiele, ist es einfach zu wenig gute Content. Es ist eher so für, ja, Gelegenheits-Konsolenspiel. Das Spiel ist eher für die Konsole ausgelegt und nicht so für den PC. Und deshalb frustriert mich das auch jetzt momentan eher. Wieso schleiche ich plötzlich nicht mehr? Nur weil ich über den Stein gegangen bin. Okay, da ist der Erste. Ich möchte gerne hier durchkommen. Nein, ich möchte gerne hier durch. Okay, dann reden wir die noch. Also vielleicht ist es einfach auch die falsche Klasse. Die Klasse ist echt langweilig mit den verschiedenen Abklingzeiten. Abklingzeiten muss das sein. Dann hauen wir halt einfach ab. Ja, manche Sachen nerven, wie zum Beispiel, ja, dass die Gegner bestunnen, immer wieder Schäden machen können, immer wieder langweilig sind. Ja, das ist nicht wirklich der Content, den ich mag. Und dass man so schlecht heilen kann. Ich kann doch nicht immer fünf Minuten warten, bis ich endlich zaubern kann. Das ist so kacke, dass ich einfach, ja, denke, ich mache eine andere Klasse fertig. Ich möchte sogar den Hüter oder Wächter, wie der heisst, also der Hüter ist der, aber der Wächter oder so, wie der heisst, noch nehmen. Ich liebe zwar Tiere, aber wenn die Tiere so schwach sind, also der Bär konnte jetzt wirklich noch nichts reißen, dann bin ich nicht gebet für das. Ich suche mir mal eine andere Klasse, dann machen wir den Content nochmals. Oder ich mache den Überspringern für den Content, bis wir wieder hier sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht eine Anfängerklasse, die ich spiele. Oder es ist einfach, einfach zu harte Content. Genau, immer diesen anderen Gegner anvisieren. Ich bin wirklich gerade nicht glücklich. Tut mir leid, dass ich so empfindlich bin, aber solchen Content nervt mich. Das nervt mich. Ich bin halt einfach anspruchsvoller. Okay. Einfach kaputt, nein. Bait hat auch sehr lange. Man muss so viele Gegner erledigen, dass man einfach auch ein bisschen gelangweilt ist, weil man im gleichen Gebiet ist. Dass eigentlich auch mehr Spiele da sind, aber alle spielen alleine. Ich habe jetzt wirklich noch nie Spiele gesehen, die mit anderen Gruppen spielen. Spielt jeder alleine diese Sachen? Oder ist einfach auf einem anderen Weg, weil er gerade auch den Gegner angreifen muss und so? Aber so richtig Gruppen-Content sehe ich jetzt noch nicht. Das ist im Endgame 100%ig, glaube ich. Aber okay, das wusste ich nicht, dass das ein Dream in Zendorio ist. Das ist nämlich mit Bethesda-Spielen immer schwer. Ja. Klappchen drücken. So. Ja. Nur drei. 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 Viel Schrott dabei. Eigentlich alles was warm hat. Okay, ein Wachenforst. Bitte da hinten, greif nicht dran. Okay, sehr viel Schaden gemacht, irgendwas. Der Bär macht auch irgendwelche komischen Sachen. Ich glaube, irgendwo mit so Kugeln an, manchmal. Interessant. Man sieht eigentlich nur das Rote, die Kugel sieht man gar nicht so klein ist. Ja, immerhin macht es so jetzt auch Spass, so zu kämpfen. Aber immer wieder nur einen Gegner angreifen und so ist es ein bisschen langweilig. Hm, okay. Nichts gescheides getroppt. Okay, da sind andere Spieler. Da haben viele haltenden Content jetzt. Man nimmt wieder andere Spieler. Ja, aber die meisten rennen wirklich durch das Game, weil es ihnen auch langweilig ist. Ja. Die meisten rennen einfach durch. Ist schade, ist wirklich schade. Weil ich habe wirklich gedacht, das Spiel wird mir sehr gefallen. Dafür wurde ich getäuscht. Aber nicht so extrem. Also ich würde jetzt wirklich immer noch gerne viel weiter machen. Nur eben Frustration gehört manchmal zu den Spielen dazu. Weil sie halt nicht so jetzt unbedingt gut entwickelt werden. Also ich kann sagen, das hat einfach Zenimax echt schlecht entwickelt für diesen Content, den sie machen. Also ich möchte gerne einfach, dass sie weniger entwickeln, weniger Addons bringen. Und alles mögliche dafür alles mal überarbeiten. Das ist wichtig. Scheiße. Ich nehme diese Wecke, die ich gestern schon gehabt habe. Weil ich immer wieder draußen bin, dass ich immer weiß, was für Zeit ist. Und deshalb fällt mir der Wecke am nächsten Tag auch noch ein. Der Wecke habe ich eigentlich kaum zum Aufstehen genutzt. Immer nur zum Wissen, ah jetzt ist auch Zeit für zum Beispiel Let's Playen. Und so sagen, dass ich wieder nach Hause komme. Ja, für mich sind Wecke eher zum Zeitwissen da, als zum Aufstehen. Weil ich automatisch immer ungefähr so 20, 30 Minuten vorher aufwache. Wenn ich das einfach kann. Keine Ahnung, wieso. Mich sehr belastend, weil ich gerne noch die 20 Minuten liegen würde. Aber ich bin halt immer am Frühaufsteher. Zu früh aufsteher. Ja, gut. Was ist das, ein Necromancer? Was ist das denn, die grünen? Ich dachte, das ist eine Rose. Die Attacken. So. Okay. Ist kein Necromancer. Zweitklass. Ah doch, ist ein Necromancer. Sicher. Ich dachte, der hätte so einen Sperre in der Hand oder so. Das ist ein Necromancer. Steht das auch irgendwo? Ne, steht nicht, dass man so ein Necromancer ist. Hilfe. Hilfe. Ihr müsst uns befreien. Ja, genau. Ich habe mich nach hinten gerutscht. Folgt mir. Wir schleichen uns aus, sobald die Luft rein ist. Ja, ja, wir schleichen uns aus, aber überall sind Gegner. Ah, wie ich den Dungeon geliebt habe in Skyrim. Hier eigentlich ja auch. Ist richtig qualitativ. Gut. Vom Design. Wieso haben Entwicklerstudio immer zu viel Trafikdesign und zu wenig Questdesign? Ist immer so. Ist einfach immer so. Ja, gut. Der Bär nervt. Ah, da müssen wir noch reden. Sagt auch niemand. Es wird uns nie gesagt, was wir machen müssen. Den acht sei Dank, dass ihr gekommen seid. Wir waren als Nächste für das Ritual der Hexen vorgesehen. Ich sah, wie die Hexen einige Gefangene in einen Kreis stellten, der von bösartig aussehenden Dornen umgeben war. Sie sagen... Das mag ich gar nicht. Die Schichten über diese Dornenhexen. Schwester Balra hat die Kontrolle über sie. Sollte sie noch hier sein, finde... Ich brauchte Arbeit. Eine gewinnbringende Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Es kam mir seltsam vor, dass sie uns hier den Keller brachten. Okay. Aber dass andere NPCs einfach weg abhauen und nicht den NPCs nachgehen und er wieder zurück muss, das ist nicht so toll. Also das ist für mich manchmal so ein echt nerviger Content. Aber irgendwie bin ich jetzt in diesem Part wieder viel zufrieden. Auch wenn ich manchmal sterben muss oder so. Es ist gar nicht so zufrieden, äh, so nervig wie im letzten Dungeon. Das ist eher so... Ja... Wenig Content. Boah. Ich tue aber gut, ey. Ja. Wann hat man... Schlag. Ich kam so schnell wieder hier runter wie ich konnte. Abgesehen von ein paar kleinen Geplänkeln habe ich nichts gefunden. Und ihr? Bitte sagt, dass ihr etwas gefunden habt. Zwei Dinge, die ich von ganzem Herzen gut heiße. Ich habe mir selbst ein... Das ist es. Das muss das sein, was dem Skydon-König Sorgen bereitet. Ein Ritual, das... Gram... Schwester Mayra... Die selbe Hexe, die den Händler in Riften getötet hat? Ich glaube, das ist Helden-Dasein in diesen Bethesda-Games. Nein, bitte nicht noch weiter. Es reicht langsam in diesen Dungeons. Zu viel... Too much Dungeons. Ein Wachposten aus Windhelm. Hier unten? Hey! Geht's euch gut? Hm, scheinbar nicht. Ah, diese verlogene, betrügerische Hexe. Sie hat auf mich eingestochen. Die Rake, Schwester Ballra. Wir hatten eine Abmachung. Aber sie hat mir den Bauch aufgeschlitzt. Hört zu. Vergesst mich. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich... Habe ihr erzählt, wie man sich in den... ...Ballra meinte. Ah, den Königskloss. Kein Schleichen. Ich verstehe. Ja. Ein erfolgreiches Attentat auf den Skaldenkönig wäre ein schrecklicher Schlag für Himmelsrand und den Pakt. Eine Beichte vor dem Tod? Das sagt mir, dass der Wachposten davon ausgehen... Ich habe gesagt Ausgehen und nicht wieder dieses Scheiss Erinnerung. Ich finde, der Handy ist wirklich katastrophal von der Bedienung. Wenn man doch draufklickt auf den Anschaltknopf vom Handy, dann sollte doch das weggehen und nicht schon wieder Erinnerungen auslösen. Aber das ist wieder typisch Samsung. Ja gut, aber iPhone, also Apple macht das ja noch schlimmer. Ich bin einfach nicht zufrieden mit Handys, deshalb mache ich eigentlich kaum etwas am Handy. Der Königspalast! Der Königspalast! Beeilung! Wir müssen Jorun warnen! Das sieht echt anders aus hier. Ja, aber wieso hast du jetzt so einen Teil festmarkiert rund drauf? Und wieso sieht man nicht, wo der Königspalast ist? Das ist ja natürlich dort links wahrscheinlich. Aber... Ja, aber Winterheim hat sich ganz stark verändert, 1000 Jahre zuvor. Ich glaube, wir haben das ins Keim so mega umgebaut. Ja, hier ist es wieder normal. Hier sieht man wieder... Oh, dieses große Gebäude war ein bisschen kleiner. Hm. Okay. Also nachbauen können sie scheinbar nicht so gut. Ja, hier ist er... Hat man gar nicht so gesehen von außen. Einfach ein anderes Haus. Ja, ich bin jetzt teilweise zufrieden, aber schon recht zufrieden. Frisch aus den warmen Südlanden. Solches Wissen darf ich nicht brechen. Ihr riecht nach Salz und Sonnenschein. Selbst die große Nürus Titankind sollte das wissen. Es geht um die Sicherheit des Königs. Die Sicherheit des Königs? Passt mal auf, kleine Närrin. Na, redet ihr mit ihr? So. Für wen hält Titanenkind sich? Dass sie verlangt, den Skaldenkönig zu sehen? Was immer ihr und die Halbriesen gefunden zu haben glaubt, ist unerheblich. Der Skaldenkönig ist sicher im Königspalast, dem sie... Hm, das ist gut. So arrogant. Auf geht's! Aber immerhin konnten sie sie überzeugen scheinbar. Aber so arrogante Leute mag ich behaupten. Dafür ist einfach die Faust da. Einfach reinhauen. Dann merken sie wieder, wie tief sie gefallen sind. Weil arrogante Menschen merken einfach nicht, wie tief sie gefallen sind. Sie meinen, es ist ein Hoch. Ja sicher. Schon da. Alles schon passiert. Ja, mhm. Jo, gut. Im Re-Life war also da auch nicht alles. Was? Karte? Konquest-Gegenstand? Karten von Hafingar? Wozu sollten der Zirkel und seine Verbindungen gebrauchen? Hafingar ist ja... ...ein Gebiet, das eigentlich irgendwie... ...kommen wird. Also... ...in Elskos 6. Aber auf jeden Fall diese... ...Region. Ich weiß gar nicht, ich informiere mich nicht für Elskos 6. Weil ich das eigentlich auch eher... ...Line spielen möchte dann. Aber ich glaube es wurde noch nicht so viel veröffentlicht, oder? Dass wirklich viel... ...man schon viel weiß, wie es wird. Auf jeden Fall kommt es nicht so früh, leider. Ich würde gerne, dass sie es wirklich... ...erst ankündigen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Jahr... ...ein Jahr dann erscheint und nicht so fünf, sechs Jahre erst erscheint. Hm. Ist halt ein bisschen doof, diese Politik da... ...einfach dieses... ...Informationen-Reichtum, wie es man halt spielen in den Händen halt. Sollte eigentlich nicht sein. Man sollte eigentlich kaum Informationen bekommen. So... ...ja... ...da muss man halt einfach etwas machen als... ...Spieler und das ist ignorieren. ...ja... ...diese Ankündigungen einfach ignorieren. Äh... ...von hier oben... ...hier... ...in die Richtung. Nicht die schwarzen. Die schwarzen heißen nicht mehr, da muss man... ...eine Quest annehmen oder so. Und die weissen Symbole sind hier an der Gegend recht weit. Okay, jetzt ist der Condor wieder leicht. Kann das sein wirklich, wenn die... ...wenn die Dungeons offen sind, dass es Spiele auch dabei sind und so. Dass die Gebiete schwer sind. Aber...ja... ...dann einfach Probleme hat, dass man zum Beispiel keine Spiele gerade hat. Mit Spielen. ...ja... ...das ist natürlich nicht so toll, dass man immer wieder sterben muss. Weil man halt einfach zu viel wagen muss. Das ist nicht so toll. Weil Ei ist ja das Game nicht schwer, eher leicht. Man muss einfach Torsten Spam. Das sollten die Gegner nicht allzu schwer sein dann immer. Ja, aber gut. Das ist die Entscheidung der Entwickler und...ja... Ich kann verstehen, dass viele Spiele wahrscheinlich nicht so zufrieden sind... ...mit dem Spiel. Lass dir diese Leiche nur. Das ist eine Leichenschändung. Wenigstens ist sie mal stark. Und hilft auch mit. Das macht den Condor viel einfacher. Weil ich auch nicht so viel Schaden bekomme, weil ich nicht so viel aushalte. Ich muss unbedingt mehr aushalten. Mittel. Ich suche immer nach Loot, oder? Also Kisten oder so. Aber ich finde nichts. Ja, die Quantität ist halt im Spiel echt viel zu groß. Das ist nicht gerade so toller Content. Ich würde gerne in diesem Spiel viel mehr gute Content haben wollen. Ja, das ist auch für Spieler, die wirklich auch kaum andere Spiele spielen. Das ist nicht für Profi-Spieler gemacht. Außer vielleicht der End-Content, ja. Aber da muss man zuerst auch durchgrinden. Und ihr wisst ja, wie ich sage. Also, was ich meine jetzt für Grinding-Content ist extremst lange. Wieso heisst du denn schon wieder? Hm, das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Was passiert ist, aber er ist gestorben. Einfach nicht bei uns im Blickwinkel. Gut. Ich dachte nämlich, er hätte Hetzigkeit, aber das war ein anderer Gegner. So. Also. Ja. Ein paar Mal durch Türen zu gehen ist jetzt auch nicht gerade der Content, den ich möchte. Aber es geht immer so lange, bis man endlich mal durch die Tür ist. Ich habe den Skaldenkönig in Ruhe, Hexe! Jorunn gehört uns, eine schöne Ergänzung der Streitkräfte unseres Gönners. Okay, die ist Magier. Dann habe ich diese Beifels. Diese Schattenmagie. Nein, nicht irgendwie. Aber du bist leicht gewesen, also schon schon hatten, aber haltest nicht so viel aus, hä? Ah, okay, ja, wer wollte, ja, ja, das ist natürlich nicht so toll, aber gut. Ich wusste, dass sie zwei Phasen hat. Immer wenn die Gegner, also wenn die Bosse so wenig aushalten, oder? Dann ist es immer eine zweite Phase. Aber dass die erste Phase ganz zäh ist und die zweite Phase nicht so, dann gibt es niemals. Da zählt er nicht und dann mit den anderen Action-Adventures. Aber irgendwie will das Spiel sehr viele Action-Adventures sein. Vielleicht will ich das zählt, also. Dann schafft es einfach nicht, weil gar sehr viele Rätsel und so fehlen. Jetzt komm ich wieder zu mir, du stinkst. Weg damit! Ja, er gibt uns herum, aber wir sind zwar schade. Die Zeit fehlt, ist ein Ausweich. Geh jetzt weg. Geh weg da, es könnten können. Oh ja, Ereignis Scheine. Ist der Content jetzt fertig? Ich habe genug von diesem Kerker. Reden wir im Thronsaal. Der ist wieder ähm... Der König von Skyrim da. Ah, das werde ich wieder mal spielen. Die Namen sind wieder entfallen, weil ich sie nicht brauche. Es ist genau die gleiche Stimme. Einfach tausend Jahre früher. Der gleiche Mann, einfach tausendmal Jahre früher. Aber einfach an der Haare noch. Ein bisschen besser geschmückt. Ah, Lade bitte. Nicht so lange, bitte! Danke. Der Bär scheint wieder. So! Ist der Content schon fertig? Das war mein Berichtsgalbenkönig. Unser Freund kann euch mehr erzählen. Ja, zeitlich ist es jetzt eigentlich schon fertig. Ich wurde in meinem eigenen Kerker gefangen gehalten. Wenn das herauskäme, würde man mich lachend von meinem neuen Thron stoßen. Sieht aus wie ein Zwerg. Etwas zu Recht. Nun zum Geschäftlichen. Ich habe Lyris' Bericht gehört. Ja, das hatte Lyris erwähnt. Gram Unholde nannten sie sie. Ein unheilschwangerer Name. Und dass Schwester Balra behauptete, sie würde mich in ein Monster... ... und sich da verwandeln. Was habt ihr sonst noch über den Eiskappzirkel erfahren? Vampire? Ich habe sowohl anständige als auch furchtbare Leute kennengelernt, auf denen dieser Fluch lastete. Haar Fingar? Großkönig Swagrim herrscht aus der Stadt Einsamkeit heraus über dieses Jahrtum. Wir können uns nicht lachen. Ja, es geht auch noch weiter. Na klar. Aber das dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, im nächsten Part sehen wir dann, wie es weitergeht. Wir müssen sowieso noch mit ihr reden. Tschüss. 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 Tschüss.